Man soll es kaum glauben, aber es wird Herbst. Und damit ihr zum Herbstbeginn noch die richtigen Weine im Keller habt, haben wir für euch den Epicuro Apacite Jahrgang 2019 ins Angebot genommen. Der Epicuro Apacite wird aus Primitivo und Negro Amaro Trauben erzeugt, was ja an sich schon volle und fruchtige Weine verspricht. Aber beim Epicuro Apacite kommt noch eine andere Besonderheit zum Tragen. Der Wein heißt ja nicht umsonst Apacite. Er wird nämlich nach dem Apacimento Verfahren erzeugt. Das heißt, einem Teil der Trauben wurde das Wasser entzogen, ähnlich wie beim berühmten Amarone. Dadurch schrumpfen die Trauben so auf Rosinengröße und die Aromen und das Zucker wird einfach noch ein bisschen intensiver. Und dieses intensive Erlebnis schlägt sich dann auch im Wein nieder. Der Wein schmeckt dann, sag ich mal, rosinig intensiv. Von den Aromen her duftet er nach dunklen, kräftigen Noten wie Pflaume, Rosine und dann halt nicht nach Kirsche, sondern schon eher nach Kirschgelee. Dazu Pfeffer, Zimt und Pfeilchen. Der Wein ist einfach wie gemacht für die kühlere Jahreszeit und deswegen braucht ihr den jetzt auch zum Herbstbeginn. Das sieht übrigens auch der berühmte Weinkritiker Luca Maroni so und hat ihm 97 seiner möglichen 99 Punkte gegeben. Dazu muss man natürlich wissen, der Luca, der liebt einfach süffige Weine mit etwas Restzucker und beides ist beim Epicuro Apacite absolut gegeben. Ihr mögt auch schwere Weine mit einem fruchtigen Zugang? Dann müsst ihr jetzt euren Vorrat für die kälteren Tage auffüllen und euch das Angebot vom Epicuro Apacite Jahrgang 2019 ins Haus holen. Musik Zimt und Vielen Dank.